Heute bauen wir Animationen mit Angular. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es wie gesagt um Angular und heute geht es gezielter um Animationen. Wir werden so ein kleines bisschen hereinrutschen. Es werden noch keine Page Transition oder so etwas in der Richtung, sondern wir werden uns erstmal dieses Animationsmodul ansehen und damit ein bisschen rumspielen. Es wird noch weitere Tutorials geben, wo es dann wirklich darum geht, okay, wie können wir Page Transitions machen, wie können wir richtig komplexe, gestagete Animationen aufbauen. So etwas wird alles kommen, vielleicht auch wieder in der Reihe. Wenn ja, hinterlasst doch mal einen Kommentar unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock auf sowas hättet. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, wie immer unten in der Videobeschreibung ganz oben der Link zu Discord. Joint in Community Server, stellt dort eure Fragen, helft anderen bei deren Problemen oder schreibt es einfach hier in die Kommentare. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! Zoom los geht's mit dem heutigen Video. Wie schon gesagt, geht es heute um Angular Animations bzw. die Basics, was heißt, wir werden uns nur zwei verschiedene Arten, sehr banale, sehr rudimentäre Arten, angucken, wie man in Angular animiert. Allerdings ist das Ganze ziemlich cool und kann eure kleine App schon auf das nächste Level bringen beispielsweise. Wichtig ist vorneweg, ich erwarte in diesem Video, dass ihr Angular kennt. Was heißt, wenn ihr noch nie mit Angular gearbeitet habt, keine Ahnung von TypeScript habt, dann solltet ihr eventuell erst mal eine andere Reihe dazu angucken, weil ich auf einige Punkte hier drin nicht mehr eingehen werde. Was heißt, was sind beispielsweise Angular-Click-Events oder so etwas in der Richtung oder wie ist dieses ganze Datei-konstruktierende Seite genau aufgebaut? Das erkläre ich alles in einer Angular-Videoreihe, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt drauf, guckt euch's an. Grundsätzlich zu diesem Aufbau hier gerade, ich habe eine ganz plaine Angular-Instanz gestartet. Das Einzige, was ich bisher verändert habe, ist, ich habe etwas in die Style-Sass reingeschrieben, also in die globale Datei, dass einfach der Body diese Hintergrund-Geschichte hier hat. Damit machen wir aber nicht wirklich mehr, einfach nur, dass der Hintergrund so dieses orange Muster bekommt. Das Nächste, ich habe hier in der ganz normalen Sass, unserer Komponent-Sass hier, etwas angepasst. Und zwar habe ich hier dafür gesorgt, dass wir diese beiden Karten hier haben, die wir später animieren werden. Und hier so ein Event-Trigger, das ist jetzt einfach eine H1-Überschrift, die wir hier haben, damit wir etwas zum Klicken haben. Das Ganze ist nur ein bisschen CSS und darauf gehe ich ebenfalls nicht näher ein, deswegen schließen wir das direkt wieder. Für dieses Video brauchen wir im Prinzip nur drei verschiedene Dateien. Das ist einmal die Component-Sass oder beziehungsweise jede TypeScript-Komponent-Datei, die ihr animieren möchtet sozusagen, also die Datei in eurer Komponente. Dann brauchen wir die HTML, also das Gegenstück dazu, sowie die App-Module-TS. Und hier an der Seite machen wir jetzt eigentlich das ganze Video über nichts mehr, deswegen schließe ich das einmal. So haben wir ein bisschen mehr Platz. Weil das Erste, was wir machen müssen, ist uns erstmal das Modul Angular Animations freischalten für unsere Application. Und das können wir ziemlich einfach, indem wir einfach in unsere App-Modules-TS das hier reinkopieren, nämlich Import und dann Browser Animations-Module. Und dann von Angular Platform Browser Animations. Wie gesagt, wenn ihr hier anfangt, Import Browser Animation-Module zu schreiben, dann sollte der Rest von Angular schon automatisch erweitert, beziehungsweise komplett hinzugefügt werden. Wie das natürlich ist, wenn man ein Modul hinzugefügt hat, muss man das natürlich auch hier unten bei Imports noch hinzufügen. Was heißt, das, was hier drin steht, kopiert ihr euch und fügt es einfach nur hier unten an. Und das ist im Prinzip schon alles, was ihr an der globalen Angular-Struktur verändern müsst. Wenn man das jetzt gemacht hat, habt ihr gesehen, hat sich das neu aufgebaut. Und wir können jetzt Angular Animations nutzen. Das Ganze können wir jetzt schließen, weil hier werden wir ebenfalls nichts mehr machen. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen uns einige Animationsoperatoren hinzu. Und das machen wir in unserer App-Component-Datei. Hier direkt oben in unseren Import-Bereich. Ups, das wollte ich nicht, sondern ich wollte das natürlich aus meiner Datei rüberkopieren. Fügen wir uns diese Animation hinzu. Das hier sind im Prinzip die fünf Befehle, die wir heute nutzen werden. Wohlgemerkt, wir werden uns, wie gesagt, nur zwei bodimentäre Konzepte angucken. Wirklich coole Sachen, also wie man beispielsweise Keyframes gestaltet, wie man Child-Elemente animiert, wie man Abhängigkeiten bestimmt und so etwas in der Richtung. Das kommt alles in zukünftigen Videos, weil das sind jeweils wieder eigene, sehr komplexe Videos teilweise. Wenn man beispielsweise anfängt, Child-Animations abhängig von der großen Animation zu machen und solche Geschichten, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Das, was wir heute machen, sind so die Basics. Man klickt irgendwo drauf, etwas blendet ein, etwas blendet aus und so weiter. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, aber wie gesagt, relativ bodimentär. Das brauchen wir dazu. Das ist einmal ein Trigger, was heißt, das sorgt dafür, wann soll die Animation ausgeführt werden. State, damit können wir definieren, was passiert in State A und State B. Also, wie sind die beiden Zustände oder die Zustände einer Animation. Dann, was soll animiert werden. Das ist Style und hier haben wir Animate. Das ist dann die spätere Animation und Transition legt im Prinzip fest, wie das Ganze sich animieren soll. Das heißt, das sind unsere Basics, die wir brauchen. Das nächste, was wir brauchen, ist hier oben in unserer Komponent, in unserem Komponent-Bereich machen wir ein Komma und sagen hier Animations, Doppelpunkt und dann eckige Klammer auf und zu. Und jetzt haben wir hier ein neues Element. Das können wir jetzt wunderbar einstellen. Das erste, was wir hier machen, ist, wir stellen uns einen Trigger. Wir wollen jetzt, dass, wenn wir die Seite laden soll, irgendetwas einfach einblenden. Und das machen wir ziemlich simpel. Und wir sagen jetzt hier einfach Trigger, Klammer auf, Klammer zu, dann Anführungszeichen und hier sagen wir einfach Fade in. So heißt unsere Animation. Jetzt machen wir ein Komma und machen wieder eine eckige Klammer, weil zu jedem Trigger muss eine Transition gehören. Das heißt, irgendwas muss ja animiert beziehungsweise animiert werden. Deswegen sagen wir jetzt Transition, wieder Klammer auf, Klammer zu, dann wieder Anführungszeichen, Doppelpunkt und Enter. Dieses Enter ist zusammen mit einem zweiten Transition-Befehl, nämlich leave, das, finde ich, praktischste Animationselement in Angular und sollte in keine App fehlen. Es gibt, finde ich, keine Entschuldigung, eine App ohne diese Funktion zu bauen, sagte er, während er einen Angular-Tutorial gemacht hat, ohne das Animationselement. Aber grundsätzlich ist das so simpel und macht einen wirklichen Mehrwert für alles, was ihr in Angular macht. Deswegen solltet ihr diese Animation eigentlich immer verwenden. Was genau es bringt, werde ich gleich genauer erklären. Es animiert mehr oder weniger Boxen, die hinzugefügt werden, die sichtbar werden. Und leave natürlich das Gegenstück, Boxen oder Elemente, die vom Screen verschwinden, nicht mehr sichtbar sind. Wir wollen jetzt aber erstmal festlegen, was passiert, wenn etwas, ja, entert, also den Screen entert. Und das Erste ist, wir sagen ein Style. Und zwar sagen wir hier in diesem Style-Element, wie der Ursprung des Elementes ist, also ein Attribut, das das Element vor der Animation bekommt, bevor es zu sehen ist. Und zwar sagen wir hier Opacity 0. Was heißt, wir wollen hier etwas einfaden, deswegen sagen wir Opacity 0. Das wollte ich nicht machen. Und das Nächste, was wir machen, ist ein Komma hier hinter und sagen hier Animate, weil wir wollen hier etwas animieren. 250 Millisekunden soll das Ganze dauern. Und jetzt müssen wir hier hinterher wieder einen neuen Style-Befehl machen und sagen, wo es hin animiert wird. In unserem Fall Opacity 1. Das Ganze können wir jetzt so schon abspeichern und grundsätzlich theoretisch nutzen. Und zwar kopieren wir uns jetzt hier unseren Trigger einfach, also Fade-In, gehen hier in unsere HTML-Datei und sagen jetzt hier oben bei unserem Event, dass wir hier etwas hinzufügen wollen. Wir können das jetzt theoretisch einfach erstmal hier unten einfügen in unsere Elemente, die wir animieren wollen. Und hier müssen wir noch so ein Anführungszeichen davor setzen. Und wenn wir das Ganze jetzt haben, dann seht ihr schon, es blendet ein. Was heißt, ich kann das Ganze auch mal ein bisschen langsamer machen, sagen wir mal 2,5 Sekunden. Jetzt seht ihr, wie das hier langsam einblendet. Was heißt, unsere Animation funktioniert schon. Aber jetzt können wir theoretisch Sachen einfach einblenden, wenn sich beispielsweise eine Kompulente lädt oder sowas. Wir wollen das hier aber, wir wollen das interaktiv gestalten. Was heißt, es soll passieren, in dem Moment, wo diese Sachen beispielsweise, man klickt auf einen Button, irgendwas blendet ein, es soll etwas passieren. Dafür machen wir jetzt hier oben uns eine Variable, die nennen wir Click. Und Click bekommt eine Variable, die heißt jetzt einfach mal Event. Event ungleich Event. Was heißt, wir sagen jetzt einfach, wenn wir draufklicken, also drehen wir das Ergebnis einfach um. Und hier unten sagen wir jetzt Public, das wollte ich nicht. Public gleich Event, Boolean, zack. Und hier unten im Konstruktor definieren wir uns das mit Sys, Event gleich False. Das heißt, standardmäßig ist das nicht existent, es ist nicht da. Und wenn wir hier oben draufdrücken, also wenn wir jetzt auf Event drücken, dann wird Event zu True. Wenn es False ist und wenn es True ist und man draufdrückt, dann wird es wieder zu False. Gleichzeitig wollen wir jetzt hier eine einfache if ng gleich und zwar, wir wollen das nur anzeigen, wenn das hier False ist. Gleichzeitig wollen wir das hier unten nur anzeigen, wenn das True ist. Das heißt, wenn ich das Ganze so mache, wird das hier unten schon mal nicht angezeigt. Wenn ich hier oben draufdrücke, dann wird das angezeigt. Das heißt, so können wir jetzt zwischen diesen Punkten hin und her switchen, wenn wir beispielsweise wollen. Wir können das jetzt auch beides gleich machen und wir können dann hier oben draufdrücken und beide blenden gleichzeitig ein oder aus. Wobei, wie ihr seht, aus funktioniert noch nicht. Und hier kommt unser zweiter Transition ins Spiel und zwar sagen wir hier Transition Leaf. Und zwar Leaf sagen wir von 1 zu 0. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und hier draufdrücken, dann blendet es ein oder wieder aus. Was heißt, ihr könnt das wunderbar einstellen und wir können das auch noch erweitern. Was heißt, wir können jetzt auch so etwas machen wie Komma, Transform, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Translate, Klammer auf, minus 20 Pixel, Komma 0, Anführungszeichen zu. Jetzt können wir nämlich hier draufdrücken und wir blenden ein. Wenn wir hier draufdrücken, dann seht ihr, es ist weg, also zur Seite raus. Wir können das auch noch weitermachen, was heißt, wir sagen jetzt einfach mal ein bisschen weiter raus. Drücken hier drauf, drücken raus und ihr seht, es fliegt so ein bisschen weg. Wobei das hier nicht so richtig gut funktioniert. Und zwar müssen wir das hier auf 0 setzen und das hier unten einfügen. Das war mein Fehler. Und zwar muss das so aussehen. Das heißt, wir wollen das Ganze ja animieren. Wenn wir jetzt hier draufdrücken, blendet es ein und wenn wir hier draufdrücken, blendet es raus. Und so kann man im Prinzip Animation wunderbar einstellen. Und das Schöne ist, selbst wenn ihr jetzt hier eine Liste habt, wo beispielsweise eine To-Do-Liste und ihr draufdrückt, ein neues Element hinzukommt, dann wird das nur für dieses neue Element hinzugefügt. Das heißt, genau diese Animation könnt ihr so in die To-Do-Liste übernehmen und ihr kriegt ein viel cooleres Ergebnis als das, was wir damals im Tutorial gebaut haben. Aber diese Sachen sind gut und schön. Damit kann man schon einiges machen. Aber wir haben natürlich ein viel mächtigeres Tool in Angular, außer nur Elemente, die gerade erscheinen oder den Screen verlassen, zu animieren. Und das Ganze werden wir jetzt machen. Grundsätzlich muss sich dafür ein bisschen was verändern. Und ich kopiere mir einmal kurz etwas hinzu. Und zwar einmal machen wir aus unserer einfachen H1 eine größere H1. Und zwar sagen wir hier, ein Click-Event bei Show wird Event zu Show, also zu einem String Show. Und bei Click auf Hide wird das Event zu Hide. Das Ganze funktioniert wunderbar, bis auf das wir hier unser Event in ein String verwandeln müssen. Und hier standardmäßig einfach sagen Show. Was heißt, wir nutzen jetzt kein Boolean mehr, sondern ein String. Das funktioniert aber theoretisch genauso. Das nächste, was wir anpassen, ist, das hier brauchen wir nicht mehr. Für die andere Variante, die wir jetzt nutzen, und zwar sagen wir eckige Klammern auf, sagen hier drin wieder Fade-In. Das ist jetzt immer noch unser Animationsname, unser Trigger. Und hier sagen wir Event. Was heißt, wir wollen jetzt an unsere Animation, Fade-In, etwas übergeben. Und zwar übergeben wir einen Status, den die Animation annehmen soll. Und das Ganze funktioniert ziemlich simpel und ist unfassbar mächtig. Und zwar als erstes brauchen wir hier wieder einen Trigger. Was heißt, dasselbe wie gerade eben, Trigger, Fade-In, Komma, geschweif, eckige Klammer auf, zack. Das ist exakt dasselbe, wie wir gerade eben hatten. Jetzt kommt ein neuer Befehl und der heißt State. State sagt uns im Prinzip jetzt Show. Was heißt, wir haben einen Status, der heißt, oder haben wir jetzt einfach Show genannt, den könnt ihr natürlich nennen, wie ihr wollt. Und haben hier wieder ein Style. Was heißt, dieser Status bekommt standardmäßig ein Style. In unserem Fall sagen wir Opacity 1 standardmäßig und Transform, was haben wir hier, Scale 1.05, sowas. Das ist unsere Standardanimation, die wir haben. Also das ist unser Status, wenn es gezeigt wird. Gleichzeitig gibt es auch noch einen zweiten Status, wie ihr festgestellt habt. Und zwar gibt es einen zweiten und der heißt Heid. Und der hat hier die Größe einfach nur 1. Und hier ist der nicht sichtbar. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Zustände. Ihr könnt aber für eine Animation beispielsweise unendlich viele Zustände definieren. Das heißt auch Zwischenzustände oder bestimmte Zustände, die in Abhängigkeit von anderen sind oder so weiter. Das ist ganz normal TypeScript. Ihr könnt diese Sachen hier wunderbar manipulieren und für alles mögliche unterschiedliche Zustände definieren. Beispielsweise wollt ihr das Bild links rumdrehen, rechts rumdrehen, einmal im Kreis drehen, größer machen, kleiner machen, transformieren und so weiter. Das könnt ihr alles einstellen. Und am Ende müsst ihr nur die Transition festlegen. Das heißt, wir können jetzt sagen Transition, Klammer auf, Klammer zu. Und hier brauchen wir jetzt wieder Anführungszeichen, Komma, eckige Klammer auf, Animate, Klammer auf, Klammer zu. Und hier 500 Millisekunden. Das heißt, wir wollen jetzt etwas animieren, eine Transition und wollen jetzt hier etwas machen. Beispielsweise können wir sagen, Show zu, ups, gleich zu Height. Das heißt, wenn der Fall eintritt, dass der Status Show vorliegt und wir zu Height wollen, dann wollen wir das Ganze mit 500 Millisekunden animieren. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab, klicke hier jetzt einfach mal auf Show beziehungsweise auf Height und ihr seht, es wird ausgeblendet. Wenn ich auf Show klicke, blendet es direkt ein, weil direkt der Status Show genutzt wird, also der State sozusagen. Allerdings wird keine Animation ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, von Show zu Height sollen 50 Millisekunden, es soll sehr schnell verschwinden, kann ich gleichzeitig auch sagen, okay, hier oben möchte ich das Ganze umdrehen. Von Height zu Show, was heißt, wenn wir das Ganze einblenden, dann soll sich das Zeit lassen. Also sagen wir mal, soll das jetzt mal zwei Sekunden dauern. Jetzt speichern wir das Ganze mal ab, drücken hier auf Height und das Ganze ist sehr schnell ausgeblendet, 50 Millisekunden. Wenn ich auf Show drücke, dann braucht das Ganze viel länger, um einzublenden. Das heißt, ihr könnt verschiedene Zustände oder Transitions festlegen für verschiedene Transitions zwischen verschiedenen Zuständen, wenn man das versteht. Also es war zumindest verständlich erklärt meinerseits. Das nächste, was wir brauchen oder was man machen kann, ist natürlich ganz praktisch, wenn ich jetzt so etwas habe mit nur zwei Attributen. Was heißt, ich habe hier keine zehn verschiedenen States, die ich alle komplett einzeln definieren muss, sondern ich habe nur zwei Zustände, wo ich sagen will, ich möchte einfach das immer gleich animieren, egal welcher State gerade genutzt wird. Und das könnt ihr ganz einfach machen. Und zwar sagt hier einfach Wildcard ein Sternchen und zu einem Sternchen. Was heißt, egal von welchem State ich komme, egal zu welchem State ich gehe, ich möchte, dass diese Transition, dieser Animationstack genutzt wird. Gleichzeitig möchte ich das direkt in beide Richtungen haben, egal in welche Richtung ich gerade gehe. Es soll funktionieren. Wenn ihr das so definiert, dann könnt ihr das, egal wie ihr macht, es funktioniert immer. Und wenn ihr das jetzt hier langsam macht, dann funktioniert das auch für alles. Was heißt, ihr könnt jetzt hier, seht ihr, wie das ganz langsam ausblendet, braucht halt fünf Sekunden. Oder hier oben blendet es jetzt ganz langsam wieder ein, braucht halt fünf Sekunden, könnt ihr auch so definieren. Was heißt, hiermit habt ihr die Möglichkeit, sehr komplexe, sehr coole Animationen einzubauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, also wirklich richtig komplexe, gestagete Animationen mit Abhängigkeiten oder Page Transitions zwischen verschiedenen Angular-Komponenten, wenn beispielsweise ihr durch das Menü navigiert oder so etwas, wenn ihr diese Sachen sehen wollt, also Routing-Animations und, wie heißt es noch, Stagger-Animations und sowas alles, dann schreibt das doch mal in die Videokommentare. Dann würde ich liebend gerne so ein Video machen. Ansonsten viel Spaß dabei und animiert fleißig eure Angular-Apps. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Kritik, Fragen, Probleme habt und eine Videobeschreibung, wie immer Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch Discord, schaut vorbei. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Links zu Patreon oder Amazon, wo ihr diesen Channel mit etwas Affiliate-Programmen unterstützen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche.